Und Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Es hat ein bisschen dauert bis ich jetzt zu der Stelle gekommen bin, weil ich mein Savegame verloren habe, weil sie es aufgeregt hat beim Abspeichern. Aber jetzt sind wir endlich in Hephaestus angelangt. Ich habe noch ein paar Sektionen nachspielen müssen. Alles war nicht verloren. So schaut es einmal aus. Aufnahme läuft erfolgreich. Sehr gut. Ich bin da jetzt immer ein bisschen skeptisch, weil... Ja, ich will nicht immer alles verlieren und fünfmal machen. Wir spielen weiter. Bioshock. We best keep to an it. It's time to either run the table or go home empty. Ryan's got the genetic key to rapture. We get that from him and we get out of this hellhole. We don't know that you and I are ghosts. Wow. I can't even imagine the evil map. finish this. Erinner. Hmm that's... ... pretty crazy... ...I see Coen's lost his touch. If you knew him, when? What if he was to believe, you weren't. ... with the struggle. Now, he raubs in that deadly land waiting for someone to come and Ah, du hast schon sehr, sehr freaky, dumm, was du... Freaky! Freaky Maschinenwelt! Geil. Ich kann mich gar nicht bei ihm an, ob das so ist. Schönerst du nicht für das, dass du der Chef da bist. Oh, da bin ich da auch, okay? What the fuck? Oh nein, endlich nichts. Oh nein, endlich nichts. Ich will noch alles kaufen. Ah, guck der Scheiße, aber ich dachte, ich werde meine Arme einmal einlösen. Sieht, du geht so böse. Böse. Ich habe die Nachbarnen mit den Rheinland zu kommen, ohne mich zu machen. Er hat sich sechs Ways zu Liste. Da ist kein Weg in das, Mace. All ich habe von meinem Trouble war die Haare Eyeball von Rhein-Splicer-Mates. Schaut aus wie ein voller 3-Computer-Blistern-Pei her. Okay, da geht's eh nirgends weiter. Das ist alles ein neues Gebiet für mich, glaube ich kann mich dann wirklich an das nehmen. Zum Glück habe ich nicht mehr meine... Oh jetzt bin ich noch so. Meine Jedi-Rest-Flags mit... Jungen-Vent. Ach Scheiß drauf, brauche ich das? Nein. Oder? Warte mal. Die Explosion-Shotgun-Bugs waren gar nicht so schlecht. Das ist ziemlich gut, Fetty. Ich kriege gerade ein Bio-Bier, ein Paracelsus-Stil Bio-Bier. Was mein letztes Bio sein wird, weil ich immer sind Sporen. Ich habe noch nicht den Platz für dich auf der Wand gewählt. Lass mich wissen, ob du eine Präferenz hast. Okay, also die ganzen... Wege-Fährten hat er gefehlt oder was? Das Loot-System ist haben sie schon... Was ist das? Änder-Stotter. Harmonic Core number 3. Harmonic Core number 3. Das einfach. Harmonic Core number 3. Piece of cake for an electrical engineer. Too bad I designed ladies' shoes. Gonna go see the grease monkeys left alive in Heat-Loss Monitoring. See what I can shake out of their trees. I like all parasites who ever tried to walk in stolen shoes. I'd explain the science that renders what you're trying to do impossible, but that would be like playing Mozart for a tree frog. Blah 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 blah. He's so geil gemacht, oder? He's so geil gemacht, oder? He's so geil gemacht, oder? Es ist schon sehr, sehr creepy die Zeiten, weil es muss ich so... Die ganze Gewaltchen machen wir ziemlich fertig. Ähm, ja. Get over here! Wo sind wir in die Kontrollcore gehen? Fuck! Ich steck mich mit der Arsch. Geef party! Ach du hast ausgeltocht. Ich spring ja vom UGe entertain. Ach, shit! Das ist echt ein Bild von Goethe, macht das Screenshot. Wo ist mein Auftrag eigentlich? Search Heatloss Monitor, okay. Dann gehen wir mal zum Kern. Die sind auch nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Das ist ein Beetle of Rampage, also. So. No, 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 no. I have seen some general things, and done worse myself. Thank you for reminding me that the light of the world has not yet been slumped. I am sending a little one to help you on your way. Run! I'm afraid to go! Do you guys have any idea that there is a moron? If you don't follow proper maintenance of those bleep daddies, they burn... Oh, warum kann ich mich überhaupt nehmen? Keine Ahnung Oh, fuck. Ein Chief hat unlockt. So. Gehen wir mal da zurück. Zigarettenbier, das ist das Königbier. Alle Maschinen gewährt. Das taugt man da von euch, dass ihr so gut ausgerüstet seid. Oh, das ist auch so ein Meiner. Keine Ahnung. Oh, das ist auch so ein Meiner. Keine Ahnung. Aber jetzt geht es nicht mehr über oben, wie es aussieht. Das ist nicht mein Leben, das ist ein Meiner. Es wird so ein Meiner. Es wird so ein Meiner. Ich würde so ein Meiner. von der Platz für Plasmids. Anwendung zu helfen, von der Ramel zu schießen. Alter, der ist sicherlich geil. BOOM. Nein, ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Was ist das hier drin? Und dann ... Ich schütte ... Okay, lass ... Oh, da muss ich nicht hin, Momentan. Hey, was Sieggetter? Wo ist er? 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 Ja, da ist er wirklich ... Das Gerät kaputt gemacht. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass es geht mit dem Spiel. Schau, wie geil ... Hat sie explodiert er noch? Voll gemein. Mit dem Upgrade Station. Der hat keine Maschinen gewehrt, aber sonst hätte ich ... Schauen sogar. Das ist gut lieb für euch. Danke. Ja, plus 8. Ich glaubte, ich glaubte in Ryan. Aber wenn ich schwer war, Ryan glaubte nicht in Rapture. Er glaubte nicht in die große Chain. Er glaubte in die Macht. Und jetzt, das Ort ist Bustel. Und meine Frau ist ... Gott. Wärter als Gott. Eine dieser ... Dinge ... Ich bin ... Ich bin ... Ich bin ... My friends would be bad for me, but it's bad for me. It's so good for you to see someone in such a stew for you. And when I say I do all I could for you, it's so good for you. It's bad for me, I fell until you whispered to me. Come please, he laughed on the shelf. But since you started to move. What do I do with under 30? I have upgraded, come on. Yeah. Very cool. Thank you. What the fuck? Stranger things are happening here. My goodness, this is a big map. Thank you, boy. Good luck. 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 I'm looking at the Stranger Things. The Netflix series. Pretty cool, I should say. But even a little bit gruselish. Even if you overcome a lot of Ryansch, you couldn't kill it. But if you overcome a lot of Ryansch, you shouldn't fight it. that's the music. Stranger things are also, you can overcome it, right? Oder? Zuversicht! Ja, genau! Ja, komm's nur! Überall sind explosive Flaschen. Ich soll da nicht... ...zübergregen... Wie geil! Und ich hab mir gedacht, ich werde niemals Amnesia spielen. Weil ich einfach zu feige dazu bin. Du hast ja überhaupt keinen Schot! Ja, genau! Der Schweine! Und was hast du gebaut? Nichts! Du kannst nur Loot und Breaken! Du bist nicht ein Mann! Ich kann nur Loot und Breaken? Das ist was ich mache! Loot und Breaken! Ja, gut! 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 Ich werde jetzt den Nath ein bisschen zerstören, aber... Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Und ich arbeite... Der Tag! Oh! Olaş die jüngste... Thank you for nothing hat sie jetzt gesagt. Das ist jetzt wirklich so ein supergeiler Pater Bolt, wenn ich jetzt nicht weiß. Das ist jetzt mal sie hacken, bitte. Was ist das? Okay, Doma. Was? Okay. Ultimate. Ich glaube das muss ich... Ich hab schon wieder komische Hintergrundmusik. Ich hab' keine Kontrolle mehr. Ich hab' eine Maus. Yay! Ähm... Ich weiß auch nicht einmal, ob's noch aufnimmt. Danke fürs Einschauen, das war's einmal. Das Spiel macht keinen Spaß. Weil's einfach beschießend läuft. Beischock funktioniert nicht mehr. Danke fürs Einschauen, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, let's play. Aufhängescheiß. Fenster wurde nicht gefunden. Jetzt haben wir 21 Minuten aufgenommen für das Episode. Tot mal laut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschauen. Euer Steinchen. Du bist aufPHEN. Schau.